Ich glaube aber er denkt sich Oh ja, den kann ich jetzt easy snacken Oh, Aldo Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bis jetzt Survival Games und zwar heute live und wieder alleine aber diesmal mit wow mit einem anderen Aufnahmeprogramm und das war ich auf jeden Fall richtig hab, weil ich nächstes den Kischen bekomme Spaß wir zocken heute Fusse Riddix Serie eigentlich eine richtig Freemade aber die ist ein bisschen schwer was Kischen angeht, dass ich weiß, dass es nicht wirklich so gute Routen beziehungsweise ich weiß, dass es gar keine Routen wäre, weil ich so gut wie nie auf der Map-Sockey aber ich habe ein neues Aufnahmeprogramm und dieses Aufnahmeprogramm ist ähm, in letzter Zeit äh, ziemlich berühmt, aber nein sag ich mal, ich weiß nicht wie viele damit aufnehmen auf jeden Fall ist Open Broadcasters ähm ich denke mal ein paar von euch waren es kennen und ähm ich kann es echt nur bei dem Film äh, weil vor allem die Leute, die mit FRAPS aufnehmen wechselt zu dem Programm, das ist kostenlos und es ist viel geiler ähm ähm, FRAPS macht ja die Aufnahmen immer richtig groß also wenn du da mal wirklich eine Viertelstunde aufnimmst, hast du nachher halt wirklich ähm, 10 Gigabyte Dateien und es ist auf jeden Fall üblich übertrieben und wenn du so YouTuber bist, dann ist das eigentlich echt scheiße äh und ja auf jeden Fall ist das auch viel ähm ähm, was heißt fair genug gleiche Grafik, also die Qual- ooooh, jawohl an der Qualität ändert sich eigentlich nichts, das ist schlecht, wie FRAPS oder so äh, es ruckelt auch nicht in der Aufnahme aber ihr müsst halt wirklich ähm die richtigen Settings machen also schaut euch auf jeden Fall da äh, Tutorials an ich verlinke euch auf jeden Fall in der Beschreibung, äh das beste Tutorial ähm, meiner Meinung nach das beste Tutorial ähm, wo ich da gefunden hab weil ich hab heute wirklich den ganzen Tag und schon länger auch weil ich hab das Programm schon mal gehabt hab's dann aber gelöscht weil es bei mir irgendwie anscheinend nicht funktioniert hat aber jetzt hab ich auch rausgefunden dass es damals nur an meinen Settings lag auf jeden Fall äh, verlinke ich euch da ein richtig geiles Tutorial in der Beschreibung ähm, und es bringt's halt echt, wenn ihr das so macht weil, der ist perfekt erklärt auch einfach erklärt und, die klatsch ich jetzt und verständlich halt erklärt und er hatte auch ein Eisensport what the fuck is going on here so ja, und ähm verständlich hat er's halt auch ge- ähm, erklärt und, äh, es hat mir auf jeden Fall echt weiter geholfen ich hab ähm, jetzt saubere Aufnahmen weil davor hatte ich immer so kleinere Probleme und jetzt hab ich die aber alle behoben infizium und jetzt kann ich endlich gemütlich zocken und in das nächste Zeit wird dann wahrscheinlich auch blblblblblbl Wann dann auch mehrere Videos kommen, denke ich mal durch das Programm, weil es erleichtert einfach Videos. Wenn ich mit Fraps habe ich ja mal aufgenommen und es hat halt übel genorft, weil ich hatte einfach wie gesagt so riesige Dateien und wenn du solche riesige Dateien hast, fällt halt das Zocken, also fällt halt das Hochladen ziemlich schwer, weil du musst die immer rendern, damit die erstmal kleiner werden und ich meine weißt, ich habe ja halt Gameplays und die rendere ich natürlich nicht jedes Mal, nachdem ich die aufgenommen habe, sondern die sind auf meiner Flashplatte und wenn ich die halt dann gerade mal nicht brauche oder länger mal nicht brauche, dann chillen die da halt ihr Leben, ja und saugen halt extrem Speicher. Zum Beispiel hatte ich da zwei Gameplays die ganze Zeit drin und die haben nicht so Speicher gezogen, die hatten beides so, keine Ahnung, 20 Gigabyte, das müsst ihr euch mal geben. Und die habe ich dann letztens ja auch verwendet gehabt, im W-Top-Bars glaube ich und da denkt man eigentlich gar nicht, dass die so groß waren, aber die waren echt richtig groß und ja, ihr seht auf jeden Fall hier, ich habe die Schwabe geupdatet und zwar habe ich allgemein ja gerade ein bisschen anderes Tech-Shopac-Trainer als ihr wahrscheinlich das normal kennt, also ich habe ja, und ich bin ja echt der Mann, der in jedem zweiten Video ein anderes Tech-Shopac-Trainer hat und es geht einfach daran, dass ich das einfach geil finde, ich finde es einfach richtig geil, dass du in Minecraft so die Texturen ändern kannst und ich denke mir halt immer so, wenn ich doch schon hier die Chance habe, mit einem anderen Tech-Shopac aufzunehmen, dann mache ich das auch und ich glaube für euch ist das auch richtig cool, denke ich mal, also weil, wenn ich zum Beispiel irgendwie Leute angucke, die die ganze Zeit nur mit Specs zocken, ich finde Specs ist echt ein geiles Programm, aber irgendwann, ähm, keine Ahnung, habe ich halt auch keinen Bock mehr irgendwie das zu sehen und ja, keine Ahnung, das kennt ihr bestimmt und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, vielleicht findet ihr das ja auch scheiße, dass ich immer andere habe, weil euch eins vielleicht so gut gefällt oder was weiss ich, das könnt ihr auf jeden Fall auch in die Kommentare schreiben und ja, wir haben bis jetzt nur einen Gegner gekillt, äh, was aber auf dieser Map eigentlich nicht so schlimm ist, weil, das ist hier eine 24er Map, aber ich finde, die könnte man auch echt, ähm, äh, als, eher als 64er nehmen, wird sie ja auch oft verwendet, aber, ich meine, keine Ahnung, äh, ich finde es ein bisschen, 24 Leute, auf der Map ich ein bisschen schwer will, du begegnest einfach so selten irgendwelchen Leuten und, äh, ja, weil ich schmeiße halt die Fische weg, die bringen zu wenig Nahrung, das bringt gar nichts, ich lebe jetzt südchen, ja, ja, auf jeden Fall, ähm, wollte ich das mal kurz hier gesagt haben, ich bin ja gerade hart am vorproduzieren, äh, warum, das hab ich ja schon öfter so leutet, äh, wenn ihr es wissen wollt, dann, ich würde es noch mal sagen, ich komme mir jetzt dumm vor, weil ich immer 200.000 schon mal vergessen, weil ich das, glaube ich, schon 200.000 mal gesagt hab, auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, oder was weiß ich, dann schaut auf jeden Fall irgendwie, auch in den anderen Videos, da hab ich das, des Öfteren erwähnt, und, ach, das ist eine Sackgasse, cool, ja, so, und, dann hab ich eigentlich alles gesagt, was ich, wow, was ich, äh, sagen wollt, ja, hallo, hallo, kommst du doch, ich mach dich kalt, ja, hier, ich seh, den Bogen, den wollte ich eigentlich auch, äh, so ein CS-Go-Style machen, also mit so einem Sniper, äh, aber, dann hab ich's halt doch gelassen, weil ich, wir wollen ja Minecraft nicht komponiert, irgendwie verändern, ähm, aber, ja, wie gesagt, ich falle auch so Texturen hart, und, ich bin auch echt, hab ich mir schon öfters überlegt, ob ich mir vielleicht mal sogar ein eigenes Tech-to-Pack machen soll, oder halt vertuldet mich dann, jawohl, nice, ähm, hätte ich auf jeden Fall echt Bock drauf, aber es, keine Ahnung, nimmt halt auch echt Zeit in Anspruch, und, ja, da weiß ich, da bin ich mir noch nicht sicher, äh, aber ich finde, das, ich finde, keine Ahnung, ich finde, es gibt so geile Tech-to-Packs, und, eigentlich müsste ich mir da gar nicht selber eins machen, weil, die Tech-to-Packs, wo ich verwende, die fallen mir richtig gut, und, ja, keine Ahnung, ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch ändern sollte, äh, ich hätte auf jeden Fall, ähm, Bock, also in dem Tech-to-Pack jetzt, ähm, dann könnte ich das nämlich auch öfters verwenden, vielleicht andere Pick-X noch, ähm, mal Spitzhacken und so noch reinzutun, und, äh, was ich hier vielleicht, was ich hier vielleicht auch noch machen wollte, ist andere, ähm, Äxte, hier, ihr seht schon, das sind, äh, die noch, die normalen Exte, von dem Tech-to-Pack, wollte ich da vielleicht reinmachen, okay, ähm, aber, naja, das bin ich noch am überlegen, wie ich das dann im Endeffekt mach, hallo, okay, haben wir, ah, ich sehe einen Namen, okay, den, oh, okay, das wird heftig, jawoll, und, nochmal, zack, Team, oh nein, er holt mich, er zieht mich, tut's einfach so, als würde ich wegrennen, aber, ja, dann weg, cooler Tipp, äh, ich glaube, aber, er denkt sich, oh ja, den kann ich jetzt easy snacken, oh, alter, oh, okay, okay, ich hab ihn gut verwischt, ich hab ihn gut erwischt, alle, wie schnell der steckt, haha, und da ist er down, da ist er down, meine Freunde, da ist er down, drei Eis-Schwatter läuft, wir haben einen Kompass, gg, einen Kuchen, gg, haha, oh mein Gott, Leute, richtig geile Runde, wie, ich bin, auch wenn wir bis jetzt nur zwei Leute klatschen, guckt euch das Equip an, ich hatte Wahnsinn, ich bin gerade am überlegen, ich würde am liebsten jetzt die Schwatter vernichten, komm ich hier überhaupt rein, no, äh, weil ich hab eigentlich keinen Bock, dass nachher irgendein Team, oh, äh, dass nachher ein Team mich tötet, äh, und hier die Dinger kriegt, ich leg jetzt einfach mal alles rein, ja, eigentlich hasse ich das, wenn ich irgendwie so Videos sehe, wo die halt hier ganzen Stuff reinlegen, aber ich mach's einfach auch, weil, ich hab ehrlich gesagt, kein Interesse daran, dass mich nachher ein Team klatscht und, äh, dann hier von meinen Eisenschwattern und so profitieren kann, oh, ja, soll ich hier grad mal schauen, denn ich hab hier, also mich wundert grad ein bisschen FS-Einbrüche, kann sein, dass es auch dran liegt, weil die Werte jetzt einfach ein bisschen größer wird, machen wir es einfach, dann müssen wir auch, so, jetzt geht's wieder, ähm, hoffe mal, dass ihr das jetzt nicht in der Aufnahme seht, das sind auch nicht irgendwie so starke FS-Einbrüchen, einfach nur so, man macht's halt im Spielen drin, eben, dass man so leichte Legs hat, wenn man so rüberschwingt und, naja, so, wo ist das jetzt? Alter, ist das dein Ernst, man, als ob ich da jetzt hochlaufe? Alter, nee, dicke, 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 komm da mal runter, bitte, komm da mal runter, komm da mal runter, komm da mal runter, bitte, danke. Ich sag doch, also, ich find die Map echt zu groß, weil man findet sich halt nicht, oder, besser gesagt, man findet halt keine Gegner. Alter, ich schreib halt so, komm mal runter und er kommt runter und stirbt. Ich schreibe mal. Ich schreibe mal. I love... Love... Cakes... Irgendwie funktioniert mein Tab grad nicht. I locken. I love... I love... Cakes... Aber... Nicht so runter. So, äh, ich suche jetzt auf jeden Fall mal, ich gucke, wo der runtergefallen ist. Das wär richtig geil, wenn ich das jetzt gefunden würde. Irgendwie... Wo der runtergefallen ist, vielleicht hatte der noch irgendwas, was bebrochen könnte. Ein Goldabfluss oder was weiß ich. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo der jetzt irgendwie runter ist. Vielleicht liegt's einfach auch hier auf dem Zwischenbalken. Vielleicht wollen wir auch einfach MLG Pro machen, aber... Naja, auf jeden Fall. Chillige Aktion. Ich springte einfach mal runter und stirbt. Übrigens, ich warte grad auf die Tür. Die Zimtschnecke. Weil, äh, wir wollten es eigentlich noch aufnehmen. Und nicht chillen TS und ich warte die ganze Zeit, dass das so kommt. Aber der kommt nicht. Äh, okay. Ich hab jetzt keine Ahnung, wo dem sind Stoffisch. Egal. So, so. Wie viele leben denn noch? So viele. Ja, toll. Ah, ich hab da einen Kompass. Oh ja, genau. Immer bin mir auch für, dass ich einen Kompass hab. Stürbt an oder mich. Deathmatch. Cool. Danke bei dir. Danke bei dir. Ein Team seid ihr. Hä? Ist ja da drin. Aber mir wurde gar nicht angezeigt. What the fuck is going on here. Ich muss mal sagen, das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ähm. Das wär so geil, wenn ich jetzt noch hier so wie bei Ender Games die so tracken könnte. Ah, cool. So, was sind die Kollegen? Wo sind die Kollegen? Okay. Wie ein Bernhard Dehner. Es ist kein Dehner. Sonst. Ah, okay, da. Kann ich auch noch mal das ist. Oh, aber ich will den es klotchen. Ah, du. What the fuck. Oh mein Gott, bitte, der hat mich jetzt nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Scheiße. Ich habe auch einen Bogen, Bro. Ich habe auch einen Bogen. Und ich habe einen freaking Eisenschwatt und jetzt wollte ich dich klatschen. Komm, 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 komm. Ja, 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 noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Oh mein Gott, ich höre einen anderen. Ich höre einen anderen. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Joho. Al-G-Team, da haben wir noch den anderen gelegt. Jawohl. Boah. Drei Kills. Auf jeden Fall schon. Ich weiß gar nicht, wie lange die Runde schon geht. Und ich nicht zu lange. Können wir auch mal hier reparieren. So, machen wir das. Gut. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier ist noch einer drinne. Der ist aber, glaube ich, verpackt. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Können wir zum Deathmatch. Deathmatch. Äh. Hoffentlich ist das gar nicht so PvP-Beste dagegen, die wir jetzt spielen müssen. Weil dann hätte ich wahrscheinlich nicht wirklich gechancen. Äh. Weil ich bin eigentlich nicht so der PvP-Spieler. Aber, naja, ab und zu kann ich auch was reißen. Und ab und zu bin ich auch überrascht von meinen PvP-Könchen. Aber, darum geht es auch nicht auf unserem Channel. Und, ähm, ja. Übrigens, ich hätte mal echt Bock, irgendwie ein Let's Play zu schladen. Aber ich bin mir nicht sicher, von was. Und, äh, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr zum Beispiel Assassin's Street United sehen wollt. Weil, äh, ich hab mir eh Bock gehabt, das zu holen. Und das könnte ich vielleicht sogar aufnehmen. Da bräuchte ich auch auf jeden Fall einen, äh, Record. Also einen, ah, okay, wissen wir mal hier. Einen, so wie heißt das. Äh, ein Controller. Ja, okay, jetzt leck mal. Okay, komm, 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 komm. Okay, nice, GG. Epic Win, Leute. 4 Curls, nice Runde. Das ist unglaublich, dass ich jetzt mal mit einem Live-Commentary gewinne, alter. GG, okay. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst's bleiben. Und, ciao. three, ich слai go. bye. Bye.